So, ich glaube, hier brauchen wir, Malou, Ponyausgleich, ne? Ja, wir finden mal die Parcours-Leute, Ponyausgleich. Entschuldigung, vorhin fehle von mir. Doch, könnte man. Das machen wir jetzt, so, passt mal auf, Freunde. Auf der fünfer Distanz ziehen wir 40 Zentimeter zusammen. Wenn ihr meint, ihr könnt mich filmen, müsst ihr früher aufstehen. Moment noch, Malou, wir machen in der fünfer Distanz einen Ponyausgleich. So, jetzt haben wir das gemacht, was eigentlich selten gemacht wird, aber auch beim Ponyausgleich kann die Distanz etwas enger gestellt werden. Malou, Schumacher, Neumannshöhe mit Pituré. Urinn, wir machen immer wieder das erste Stück Wein. Die erste sind so schön und die zweite sind so schön. Die erste sind so schön und die zweite sind so schön. Immer noch einmal Lisa Görenbach und die Malu Schumacher, die beiden dann eine 7,5. Die erste sind so schön und die zweite sind so schön. So, nachdem Frau Fischbach und unser Calvin Wilton... ... ... Vielen Dank.